hallo meine lieben meine haaren stehen und zwar ein neues video für euch ich war gerade kurz im lila mit meinem mann und mit meinen eltern da haben wir einmal hier eine cola geholt und für 1 39 ist mein presso im angebot dann haben wir hier kartoffelbrot mitgenommen statt 99 cent 69 cent dann haben wir für 2,45 toilettenpapier mitgenommen genau da war ich mit meiner mama gerade noch im teddy drin gewesen da habe ich mir hier für 20 cent sollte für einen euro kosten von einhorn mit meinem buchstaben j ein magnet 20 cent fand ich richtig schön und auf diese handy hülle hier mit der kette habe ich schon lange geliebäugelt und die war jetzt für von fünf euro auf 1,55 euro reduziert ist das crazy und das ist so eine so eine kette die man um sich hängen kann und da habe ich die ganze zeit geliebäugelt und jetzt war sie reduziert habe ich mich jetzt richtig gefreut meine mama hat auch eine mitgenommen und ja genau das war die kleine ausbeute gewesen dann würde ich sagen wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich mega über einen daumen nach oben freuen meine nase juckt wenn mir die nase gibt es meistens immer was neues zu erfahren kennt ihr das ich war heute duschen deswegen stehen noch meine ganzen haare zu bergen ich habe heute mein ursula ja genau gruella de will an genau sondern würde ich sagen däumchen ich möchte mich darüber freuen däumchen ist ein träumchen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die loge zu aktivieren dann verpasst ihr auch keins meiner videos und dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund und bis dahin